Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Info-Video. Ja, das Thema, man sieht es bereits, ich habe es mal ganz kurz rechts unten im Bild zu sehen, ein bisschen schriftlich zusammengefasst. Es geht nämlich momentan um meine Zeit. Ich habe keine Zeit und keine Energie momentan, um täglich Videos zu produzieren. Ich produziere die natürlich nicht täglich, aber immer an einem Abend vor einem freien Tag, meistens samstags, da nun momentan allerdings mein Samstag zur Hälfte, die Hälfte meiner Samstage könnte man sagen, aus Arbeit besteht von frühmorgens bis mindestens 17 Uhr und ich dann noch mit dem Hund raus muss, ich mich natürlich dann noch um den Haushalt kümmern muss und so weiter und so fort, habe ich stellenweise natürlich, ja, keine Energie mehr und auch keine Zeit mehr, um mich dann um den Kanal zu kümmern. Es ist vielleicht aufgefallen, es ist zu viel Zwang dabei bei den letzten paar Aufnahmen, Aufnahmen, die ich so veröffentlicht habe, vor allem bei The Witcher. Die Musik passt richtig gut zu dem Thema, muss ich sagen. Ja, es war zu viel Zwang dabei. Ich habe mich selbst gezwungen, das aufzunehmen, weil, naja, tägliche Folgen und am 24.12. ist es eh so weit, da kann ich dann zwei Jahre tägliche Videos verbuchen und so weiter, aber es ist... Es tut mir nicht gut, es tut dem Kanal nicht gut, es ist bestimmt auch anstrengender anzusehen, habe ich die Befürchtung, weil wenn jemand nicht motiviert ist und nicht voll dahinter steht, äh, steht, ähm, ja, steht, ähm, ist natürlich, da leidet auch die Qualität der Videos drunter. Und genau aus diesem Grund, ähm, die Musik wird immer besser. Ähm, genau aus diesem Grund möchte ich eben jetzt von meiner selbst auferlegten Pflicht zwar, aber immer noch einer Pflicht zurücktreten und möchte sagen, es kann durchaus vorkommen, dass ab heute, ab jetzt, ähm, tageweise, wochenweise mal kein Video kommt, bis ich wieder zur Aufnahme gekommen bin und das, äh, dann auch gerendert und, äh, hochgeladen habe. Die Aufnahme kommt dann natürlich, wie es auch rechts unten schon steht, ähm, ich kann mir mal ganz kurz den Projekt, damit ich das selber ein bisschen ablesen kann. Moment, hier aufs Display 0 legen, das habt ihr jetzt nicht mitgekriegt, aber ich, ähm, ist OBS Spielerei, Entschuldigung, ist ein bisschen uninteressant gerade. Ähm, genau, ähm, in Zukunft, ähm, es kommt nicht mehr jeden Tag ein Video. Wenn ich gerade was aufgenommen und geschnitten und gerendert habe und das hochgeladen habe, dann, ähm, kommen die natürlich, ähm, täglich, ähm, bis sie eben zu Ende sind und dann, äh, kommt wieder so lang nix, bis ich wieder aufgenommen habe. Das heißt, es kann, so wie es jetzt auch sein wird, mal eine Woche nicht kommen. Also, es ist, ähm, momentan dieses Wochenende war ja Ausnahmezustand. Es ist, ähm, es ist so viel passiert. Am Freitag habe ich erfahren, dass ich, äh, eine Festanstellung bekomme. Am Samstag war jetzt Friendly Fire. Ja, ich habe mich gefreut wie ein kleiner, äh, Hühnergott Junge, ähm, die ja gerade sein drittes All gelegt hat, das nicht kaputt, äh, das nicht kaputt gegangen ist. Ähm, was ist, was ist noch passiert? Ich, ich habe mein Tablet bekommen, mein, 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 mein erstes Tablet. Ich bin voll begeistert von dem Ding. Und, ähm, The Last of Us, The Last of Us 2 wurde angekündigt. Auch dieser neue Death Stranding, äh, Trailer, der auch so extrem genial aussieht mit, äh, Mads Mikkelsen, der den Hannibal in der Hannibal-Serie spielt. So ein großartiger Schauspieler, zumindest in der Serie. Sonst habe ich leider noch nicht viel von ihm gesehen. Aber, ich freue mich theoretisch sehr, sehr drauf auf dieses Spiel auch. Ob ich es letzt playen werde, ist eine andere Frage. Ähm, je nachdem, wie ich Zeit habe. Ich habe jetzt einen Job angenommen, also ich, äh, habe jetzt eine Arbeit bekommen, als, äh, ich sag mal so, im Einzelhandel. Und, ähm, wenn der eine oder andere die Arbeitszeiten oder die Öffnungszeiten zumindest von Einzelhandels, äh, Unternehmen kennt, der weiß, wie lange die offen haben, wie oft die offen haben, dass die auch samstags bis abends offen haben. Und, ähm, ja, es ist, es ist keine anstrengende Arbeit, aber es ist doch, äh, man merkt sie doch. Also, wenn ich nach Hause komme und ich bin dann so müde, dass ich sage, ne, das, das wird nichts mit der Aufnahme, dann wird's nichts mit der Aufnahme. Also, ganz, so, 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 so einfach ist das. Ähm, es tut den Videos nicht gut und es, 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 es leidet auch der Unterhaltungs-Wiat unter Anführungszeichen. Ähm, leidet auch darunter. Ähm, ja, ist halt so, ne? Okay, gut, haben wir sonst noch irgendwas zu besprechen? Nö, warte mal, ich schaue hier gerade selber nochmal. Ähm, momentan eine Belastung, ja, genau, eine Belastung. Zumuten ist auch so ein tolles Wort, das ich hier verwendet habe. Hier unten, ähm, täglich, keine täglichen Videos mehr, phasenweise, ja, natürlich, okay, ähm, Aussätze oder auch eine Woche. Ich will momentan, niz, 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 die Zeit aufzunehmen, das ist so ein uralter Fehler von mir, den ich immer noch mache beim Tippen. Ähm, dass ich das C und das I, ähm, vertausche. Oder auch das C und andere Buchstaben, wenn ich ein CH oder ein SCH aufschreibe. So, ähm, bitte nicht böse sein, genau. Aber es ist momentan mit dem neuen Job gerade schwierig zu vereinbaren. Kuss und Gruß, euer Koron. Und dann noch ein paar witzige Emotes. Und dann höre ich auf. Feels bad, man. Ja, und damit verabschiede ich mich. Von diesem Video und von euch. Einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Und ich bitte um Verständnis. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.